Herr Dr. Bieger, Sie sprechen oft über die Reaktivierung von Viruserkrankungen. Können Sie dies kurz kommentieren und welche Möglichkeiten der Diagnostik der Reaktivierung von Viruserkrankungen gibt es? Bei EBV haben wir eigentlich ein relativ umfangreiches Spektrum von diagnostischen Möglichkeiten, die allerdings alle etwas aufwendiger sind. An erster Stelle wird man, wenn eine unklare Serologie vorhanden ist, einen Westernblot-Nachweis des EBV-Antikörperspektrums machen und wird dann zum Beispiel häufig sehen, wenn EBNA negativ ist, dass P18-Antikörper gegen das P18-Antigen des EBV-Virus etwa die gleiche Qualität hat, wie das EBNA-Antigen vorhanden sind. Das führt aber auch noch nicht weiter. Der nächste Schritt ist der, dass man guckt, gibt es Hinweise auf erhöhte Aktivität des Virus? Taucht der Virus zum Beispiel vermehrt im Speichel auf? Das ist allerdings nach meiner Einschätzung auch noch kein definitiver Nachweis einer Reaktivierung, weil es auch zu kurzen und spontanen Reaktivierungszyklen bei gesunden Formen kommen kann, bei denen der Virus im Speichel auftaucht. Taucht der Virus im Blut auf? Vor allem, wenn er im Serum nachweisbar ist. Also nicht in Blutzellen, sondern im Serum. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass eine lytische systemische Reaktivierung stattgefunden hat. In beiden Fällen, Speichel oder Blut, wird man den Nachweis mit molekulagenetischer PCR-Methode durchführen und im EBV-DNA nachweisen. Und die weitere Möglichkeit ist die, dass man frühe virale Antigene, die verstärkt exprimiert werden können, nachweist, die also nicht zwingend bedeuten, dass der Virus komplett bis zur lytischen Aktivität reaktiviert ist, sondern nur teilreaktiviert ist, sodass also nur ein Teil der viralen Antigene verstärkt exprimiert wird. Das sind Antigene wie EBER, die am meisten, nachdem man am ehesten suchen wird, an zweiter Stelle auch LMP1 und andere virale Antigene, die dann mittels molekulagenetischer Nachweis der entsprechenden Messenger-RNA untersucht werden. Und schließlich gibt es die Möglichkeit des Nachweises antiviraler Aktivität, bei dem man ohne den Virus selbst zu kennen oder spezifisch nach einem Virus zu suchen, versucht herauszufinden, ob das Immunsystem virusspezifisch reaktiviert ist. Und auch hier wird man den Nachweis von entsprechenden Messenger-RNAs machen. Am weitesten verbreitet ist der Nachweis des Moleküls MXA. Es gibt ja auch nur eine Reihe anderer, das will ich aber nochmal getrennt besprechen. Weitere Informationen unter www.dr-bieger.de Sie möchten diesen Beitrag kommentieren, Sie haben Anregungen oder Fragen? Einfach E-Mail schicken an praxis-at-dr-bieger.de www.dr-byger.de